Jo, beitreten, beitreten, bam. Reb, weeber, rabbit, rabbit, rabbit. Ey, wovon sprichst du, Alter? Was ist so, rabbit? Willst du eins kaufen oder was? Ja. Kaufen und grillen. Auf den Hund. Na, auf gar keinen Fall. Denk dran, Alter, keine Beleidigungen droppen, ne? Hä, wie kann der Level 378 sein? Wie geht das denn? Was? Also, wir spielen mit Pro-Gamern. Und mit 292. Ja, Junge, nur weil die High-Level sind, sind das keine Pro-Gamer, die Lappens, Alter. Ich spiele eine neue Waffe. Denk dran, hüte deine Zunge, hüte deine Zunge. Welche? Hättest du diese Pistole, die Akimbo, oder was? Ne, so eine neue, so eine neue, neues Taktik-Gewehr. Okay. Interessiert mich das? Ach, ey, ich war an meinem Bauch, ey. Na, geh einmal kotzen, dann geht's dir besser, Mann. Gleich aufs Klo. Ja, absolut keiner hier, Alter, lost. Scheiß drauf. Die Oden, halt. Das ist dein Ding hier. Die Oden. Ja, eine Oden hätte ich jetzt gerade auch gerne. Eine Oden mit Sniper-Visier. Ach, das ist eine Oden! Das ist eine Oden! Ich dachte, das wäre eine Sniper. Ich snipe hier so rum. Ey, die ist voll geil mit Sniper-Visier, Alter. Ich liebe die Oden. Ich muss mir sowieso noch eine Klasse mit der Oden machen. Eine habe ich, glaube ich, aber die ist ja gerade mal Level 7 oder so, meine Oden. Nie gezockt vorher, Mann. Aber scheißegal. Aber warte, wir gucken, wo die anderen hingehen. Das ist ein Pro-Gamer. Ja, Junge, ich zeig dir gleich, wer Pro-Gamer ist, Mann. Die sind gar nichts. Lass hier reingehen. Ja, die wollen auch, oder? Ja, guck mal, Lila will auch. Alles easy. Leute, ich habe noch nie gesehen, dass das hier so reingesprengt wird, das Loch von diesen Flugzeugen, die hier vorbeifliegen oder whatever hier vorbeifliegt. Ey, wo ist der eine hin? Oh, mein Freund, ich hole dich. Alter Präzisionsluftschlag nähert sich jetzt schon. Ja, der ist ja mal übelst weg, Alter. Der ist auf alle Fälle weg. So, du bist da hinten. Die anderen beiden sind am Arsch der Welt. Alles klar. Wow. Noch ein bisschen Hilfe. Reicht. Ah, fuck, ich werde gesnipert. Oh, wo? Warte mal, einen habe ich weg? Ja, kann den gerade nicht pingen. Ich muss. Ah, doch, warte. Da. Noch einer. Ich werde gepusht. Ich bin tot. Ja, ich auch. Alter, Mann. Da sind doch fünf Leute. Egal. Ach ja, ist ja jetzt mit Gulag. Ja. Ja, aber warum sind die Wichser eigentlich woanders gelandet, als sie markiert haben? Man, richtige Spaß. Deswegen wollte ich halt wissen, wo die hinfliegen. Alter, was ist das denn für ein Gulag? Hab ihn. Perfekt. Junge, was ist das für ein Gulag? Fühlt's geil. Junge, Bruder. Sieht gut aus. Und das sind auch noch Deutsche, Alter. Faust Gottes, Faust Gottes, Annegottes Faust. Hä, oben, die Zeit ist längst abgelaufen. Warum geht's nicht jetzt? Das ist eine Kacke, ey. Let's go. Oh, nee. Warum denn Fäuste, Alter? Ja, Mann. Ich hab ihn weggeboxt. In your face, Mann. Ey, hier ist eine Ausrüstungslieferung. Bist du dir die auch schon gönnen gegangen, oder was? Ja. So, wo ist meine Oden? Da. Level 11 Oden, Alter. OP. Junge, geh doch hier rein, Mann. Was ist das? Meine Fresse, was war das denn? Drecksoptimiertes Kackgame, Alter. Och, Mann. Hier sind überall Fensterscheiben, meine Fresse. Was ist das für ein Kacke hier? Junge, ist der behindert? Alter, ich hab gar keine Muni. Müssen wir langsam mal in die Zone, ne? Die kommt nämlich jetzt gerade. Liegst du Chris? Nein. Junge, ich bin einfach lost. Ich hab keine Platten, ich hab kein gar nichts. Hier. Ja, ja, ja. Warte, warte. Hier rein. Ja, perfekt. Hier ist auch noch einer. Hier nimm dir auch noch einer. Perfekt, vielen Dank. Hat's ja mega gelohnt. Ey, Bedrohung. Warte mal, warte mal, warte mal. Alter. Gehst du direkt? Weiter. Ja, wir müssen. Also hier ist auf alle Fälle Zone. Glauben Sie halt. Hier sind Leute, hier sind Leute. Hier. Hat Hits, hat Hits. Äh, ich dachte gerade, ich sterbe, aber nee. Ich bin von hinten, äh, hinter mir, RPG-Typ. Hier. Okay. Hab markiert. Okay. Ja, was war das denn, Alter? Nice. Ey, hol mich mal wieder, Alter. Da ist direkt ein Schock. Sicher hält es erst. Vielen Dank. Gerne. Und am besten ein paar Panzerplatten. So, zack, zack. Ach so, Panzerplatten, ja. Ey, mein Sensor. Ey, Leute, ey, der hat meine Panzerplatten geklaut. Hast du noch mehr? Brauchst du? Nee. Ja, ja, doch, ich hab vier. Alles gut. Ich hab, ich hab, hab ich gar nicht gesehen. Alles easy. Ja. Erstmal beschweren, Alter. Hat Hits. Panzerplatten weg. Okay, go, pushen, pushen, pushen. Oh, das war Fell. Äh, ist der Tod? Ach, die haben den gekillt, oder was? Ja. Dieser Drecksheli da oben. Ey, da, der ist rausgesprungen. Ja. Ich kann den nicht markieren. Ich hab ihn gekillt, Alter. Direkt weg aus der Luft, Junge. In der Luft, meine ich. Ein Schuss. Hab ihn. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Noch zwei Leute. Ne, noch einer. Einer nur noch. Ein einziger. Ich hab sechs Kills, Mann. Die ist so heftig, die Waffe. Ja, Mann. Unser Team hat gut abgerockt hier. Äh, jetzt die Frage, wo ist der? Ja, wir müssen jetzt hierbleiben. Wir sind mitten in der Zone, der muss runterkommen. Von dem Gebäude, der. Ja. Der muss kommen. True. Ja, es ist easy win, Mann. Heftig. Ja, wo ist der? Ist der auf dem Gebäude? Jetzt so Plot Twist, der ist gar nicht im Gebäude. Der ist unten am Strand. Ja, Strand ist... Ja, der ist echt Strand. Hab ihn. Ich hab ihn. Alter, die Waffe ist so heftig, Mann. Die Waffe ist so heftig, die Spiele. Jürgen, ich hab dem Typen auch mit der Oden wieder einen Schuss reingedrückt und bam, auf einmal fällt er um, Mann. Kaffste Runde, Mann. Ja. Not bad. Ja. Für Streamstart ganz gut. Äh, guck mal, 13 Kills ist Team. Easy, Alter. Junge, du hast sieben Kills gemacht. Ja, die Waffe ist krank, die Spiele, klar. Die ist so heftig. Not bad. Mal weiterspielen. Ja, klar, komm. Das ist so ein Taktikgewehr, ey, zwei Schüsse und der ist tot. Das ist richtig krank. Ja, ich zock halt die Oden. Und die Oden macht, der knüppelt halt auch Übeltsdamage. Ich bin mit der relativ in Ordnung. Auch wenn die ja gerade mal Level 11 ist bei mir. Aber die knüppelt doch trotzdem. Der wird kommen mal eine geile, äh, Noobwaffe, Alter. Zumindest laut Tarnung. Aber ist, äh, ich mag die Waffe, die ist mega geil. Dass ich die nicht schon eher gezockt hab, das ärgert mich irgendwie, Mann. Alter, wie viel. Wie viel Money? Äh, wie viel Punkte? Ich will ja sagen, was für Money, Alter. Ich will auch Geld damit verdienen mit dem Game. Sieben Kills, Mann. Ich hab gecarried. 7500 EP gerade mal. Wie viel hast du? 10.000 oder sowas? 15.000, ja. Ja. Ja, guck mal, bei einem richtigen Warzone-Win, da kriegst du 40.000, äh, EP, Mann. Kleiner Unterschied. Aber trotzdem, macht immer wieder Bock hier. Eigentlich war sogar gut, dass wir am Anfang einmal beide gestorben sind und bei unseren Teammates waren dann auf einmal, weil wir dann zusammen rumlaufen konnten. Da ist drauf alle, nächste Runde. Ja, wahrscheinlich, ich fahr noch runter, du Wichser, Alter. Was? Nicht du. So, let's go. Junge, was ist das schon wieder für eine behinderte Kackzone, Mann? Lass direkt den Heli nehmen. Hehe. Nee. Nee, lass hier hin. Obwohl, nee, lass hier auf das Mais gesuchte Kack. Äh, nee, nicht auf das Mais gesuchte, auf das da. Da, wo ich markiert hab, dieses Such-Mission. Go, go, go. Ich glaub, das ist gut. Wir hätten auch Gefängnis gehen können eigentlich. Scheiß drauf. Junge, kann der mal aufhören sein? Scheiß Fallschirm. Was war das denn? Voll weggebounced, Junge. Wer ist tot? Alter, Cluster-Schlag, Mann. Easy, let's go. Ach, du bist auch da? Ja. Ja, verpiss dich. Boah, Hilfe. Wo bist du denn? Ja, hier ist einer. Ach, da. Ja, ich komm, ich komm. Bin bei dir. Bin bei dir. Wo, wo, wo? Ich liege. Ja, er hat uns beide, er hat uns beide, er hat uns beide. Ja, komm doch, du grüner Hund. Ja. Danke, grün. Danke, grün. Junge, hör doch auf zu fighten, du demnicher. Ah, der snipet, Alter. Junge, er soll aufhören zu fighten, er soll uns helfen, Mann. Ja, GG, demnicher Nuppenzone, Alter. Manche Leute haben den Sinn von Teamplay halt auch nicht kapiert. Junge, was war das denn für ein Wichser? Liegt da einfach rum. Vor allem, wie kam der so schnell da hinten? Ey, Ausrüstungslieferung ist auch da. Warte, du lebst wieder, ne? Ja, ich seh schon. Nix aus so einer RPD, Alter. Ach, RPD, RPG. RPG, Junge. Ja, er läuft einfach vor, der eine da. Ach so, das bist du wieder, du, lol. Gasmaske, Alter, wichtig. Ich komme. Ah, ich hab schon wieder keine Muni. 0,0. Ja, hier, ich geb dir was. Hier, bin da. Was brauchst du? Sturm. Perfekt, danke. Kann nur ein bisschen geben. Ja, ist nicht schlimm. Das ist schon mal mehr als ein Magazin. Alles easy. Ah, da sind Gegner. Ich kann nicht markieren. Achtung, Granate. Da. Ich muss eben meine Platte anziehen. Die letzte Verbleibende. Ey, da oben. Am Zaun. Hier, du kommst nur über die Kisten hoch. Der hat eiskalt drin. Junge, wer rennt denn hier? Wo ist er hin? Ab ihn. Wo war er? Dahinter. Panzerrucksack, hier, Christian. Ja, perfekt, ich komme. Ja, perfekt, danke. So. Hast du genug Munition jetzt? Ja, ja, hab genug, danke, danke. Okay, sonst geb ich dir was. Ich weiß nicht, ob noch jemand Panzerplatten braucht, eventuell. Ja, also ich hab genug. Ich hab acht. Ja, okay, dann nehm ich die wieder mit. Ah ja, der braucht er noch ein bisschen. Hab ihm gegeben. Hier ist Munition. Also wir sind ja eigentlich gut bedient mit der ZU- Ey, da oben. Junge, auf die Range noch gehittet. Da sind zwei Stück oben drin. Die müssen kommen. Ja. Da ist noch einer. Es sind noch zwölf Leute. Also eigentlich nur noch acht. Da kommen welche runter. Habe ich markiert. Danke. Die sind so ein Vorteil, man. Glaub ich's. Ja, true, true. Ich bleib hier draußen. Da sind noch sechs Leute. Und zwei Teams. Naja. Ihr sollt noch einen Shop für irgendwas? Ey, Drohne, kannst du mir Geld droppen? Bisschen, dann können wir uns beide eine Drohne holen. Perfekt. Weißt du das? Ja, ja, komm. Wir holen uns beide eine Drohne. Gegner. Alles easy. Oh, ich bin tot. Hilf mir bitte. Ich habe meine Drohne gerade gekauft. Ich liege in Sicherheit. Äh, in Sicherheit. In Sicherheit, Alter. Ich setze meine Drohne sofort ein. Hä, meine Drohne ist weg. Ach so, ich habe die nicht gekauft. Hast du? Ne, ich habe noch nicht gekauft gerade. Ich wollte gerade kaufen, hat nicht geklappt. Ich habe auch keine Panzerplatten mehr. Ich müsste auch Panzerplatten kaufen eigentlich. Ja, hier. Ja, dann warte, dann kauf mal. Hast du Geld? Naja, aber nur für Drohne oder Panzerplatten. Ja, dann hol dir Panzerplatten, Chris. Ja. Warte, hier, ich gebe dir. Wollte ich gerade sagen. Hast du? Ja, ja. Da, 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 da. So, jetzt habe ich meine Drohne. Ich habe meine Drohne. Aber macht jetzt keinen Sinn, weil... Okay, perfekt, weil ist da schon einer aktiv gerade. Ja, Panzerplatten ist halt jetzt ein bisschen RIP, aber passt. Ja, es sind noch drei Gegner, äh, ein Gegner noch. Äh, echt? Oh, jo. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, let's go, Alter. Ach, hier, da, da ist er, da ist er sogar, ja. Der ist hier hinten in dem Haus. Vor dem Haus, wie auch immer. Ab ihn. Alter, schon wieder ein Sieg, Mann. Was ist denn hier los? Auf easy. Oh, Alter, die Waffe ist so geil, Mann. Die macht so Spaß. Junge, richtiger Camper-Sieg, Mann. Was? Richtiger Camper-Sieg. Jo, die Siege, die brauchen wir aber auch, Mann. Einfach mal ein bisschen wieder Motivation, Junge. Das gibt es ja gar nicht. Mega gut. Meine Oden. Mhm. Beste Waffe, EU-Best. Aber die waren wieder ein bisschen vernünftiger. Die waren jetzt nicht so die Ultra-Idiot. Ja, vor allem, ähm, die haben auch geschnallt, wenn ich ihnen so Panzerplatten hingelegt habe, dass sie die nehmen können und so. Aber ich dachte mir ja so, die haben ja wahrscheinlich Sound und dann hören die, dass ich Panzerplatten droppe. Ja, hat jedenfalls alles gepasst. Drei Kills. Ja, scheiß drauf. Scheiß auf die Kills, wir haben gewonnen. Hehehe. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020